guten morgen ihr lieben ja es ist jetzt gerade alle wir sind nicht bei uns zu hause sondern wir haben auch unseren hund weggebracht der ist jetzt auch hier bei der tante von uns untergebracht und ja wir sind auch nicht nach hamburg steinwerder denn dort wartet die aida auf uns ja und dann melden uns nachher von bord oder vom cruise terminal so ihr lieben ja wir sind angekommen in hamburg steinwerder so heißt das hier ihr seht ihr den hamburger hafen und bischen und vorne die ich die aida prima und ja da gehen wir jetzt mal hin schaut mal ja da freuen uns glaubt und jetzt gehen wir erst mal ein check ins warme bis gleich so ihr lieben ja wir sind jetzt im moment stopp meine tasche ist runtergefallen im cruise center in hamburg steinwerder und ja da mal ganz großes lob an aida denn mit kind haben wir keine wartezeit wir dürfen sofort auf schiff ja also nach dem sicherheitscheck in ihr seht das da ja und ich werde mich gleich noch mal ja ihr lieben so wie sie haben kurz nach 18 uhr und wir fahren gerade los im hamburger hafen in hamburg steinwerder mit blick auf hamburg altona st pauli die reiferbahn den hamburger winterdom die elbphilharmonie und ja die hafenstadt hier hamburg und wenn ihr euch mal jetzt mal umguckt leidenlos Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt in Southampton, ja, in Großbritannien angekommen und Hintergrund, im Hintergrund, na, sieht man das? Ja, da hinten sieht man nicht die Titanic, denn die lag an der gleichen Stelle, sondern die AIDA Prima. Ja, viel Spaß. Ja, da hinten, da hinten... Ja, da hinten, da hinten... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier in Frankreich fährt man nicht so ein schönes Ding Benz wie bei uns, sondern fährt man Porsche. Ja, das ist ... 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, eine lustige Krachtenfahrt durch Brügge, durch die Altstadt von Brügge. Wunderbar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wir sind jetzt hier im letzten Hafen angekommen und zwar in New York. Nein, Quatsch. Sieht nur so ein bisschen aus wie New York. Es ist Rotterdam. Ja, die berühmte, große, riesige niederländische Küstenstadt Rotterdam. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg und wir wollen jetzt zur Markthal. Und dort laufen wir aber nicht hin, obwohl der Weg schön ist über die Erasmusbrücke, die ich euch auch zeigen werde. Sondern wir nehmen eines der berühmten Wassertaxen. Ja, das wird ein spaßiges Abenteuer. Wir schauen mal, ob wir eins erwischen. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt in allen von diesen Wassertaxen völlig crazy. Fahren wir hier durch Rotterdam. Ja, schaut mal selber. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt in allen von den Wassertaxen. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt in allen von den Wassertaxen. Ja, wir hatten ja die ganze Tour über Glück gehabt. Zaufhemden schön, Le Havre sonne, Brügge sonne. Ja, jetzt sind wir in Rotterdam und es regnet. Und deswegen bleibt die Spiegelreflex heute mal im Rucksack, denke ich mal. Und bin jetzt froh, in die Markthalle zu kommen, ins Warme. Und ja, was Leckeres zu schnabulieren. Und da. Und da. Und da. Wauw! ja ihr lieben so wir sind ja in rotterdam und wir wollen zum euromast tower ja wir waren in der markthalle und jetzt haben uns dazu entschieden mit der metro zu fahren ja wir sind mal gespannt ob wir wirklich da ankommen meine haare sehen aus mensch oder ob wir in gefällt landen und man weiß es nicht so auf in die metro so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt hier im Euromast Tower auf 112 Meter und auf diesen 112 Metern, ihr erkennt mich jetzt nicht mehr, ist eine Besucherplattform, die fährt euch nochmal hoch. Wir fahren jetzt auf 185 Metern hoch. Wow, guckt euch das mal an. Ja, 185 Meter. Alter, ich hab Schiss. Ihr seht auch die AIDA von hier. Irgendwo hier hinten. Ja, das ist mir. Ja, das ist mir. Ja, das ist mir. Ja, das ist mir. So, ja, nach dem leckeren Kuchen, den ihr gerade im Status gelebt habt, geht es jetzt wieder zur scharfen, leckeren Currywurst essen. Ich glaube, ich hab schon 30 Stück gegessen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020